Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werden wir einen JTL-Connector einrichten, um JTL-Wawi mit einem Shopware 5 zu verbinden. Shopware 5 ist in unserem Fall schon länger im Einsatz und ist daher schon mit Artikeln und Bestellungen befüllt. Unsere JTL-Wawi hingegen ist frisch aufgesetzt und wir möchten alle Daten aus unserem Shopware integrieren und in Zukunft den Shop mit JTL-Wawi steuern. Als erfahrener Nutzer von JTL-Wawi haben wir durch den JTL-Connector einen entscheidenden Vorteil. Wir müssen uns nicht in die Funktionsweise von Shopware einarbeiten, um unsere tägliche Arbeit auszuführen. Bitte beachten Sie, dass sobald ein JTL-Connector installiert wurde, die JTL-Wawi ab dem Zeitpunkt der Installation als federführendes Element gesehen wird. Sie sollten die Artikelpflege dann nur noch über JTL-Wawi machen, also Bestandsänderungen oder das Löschen und Neuanlegen von Artikeln sollte nur noch über JTL-Wawi geschehen. Als erstes loggen wir uns ins JTL-Kundencenter ein und gehen dort auf den Menüpunkt Lizenzen. Hier wählen wir den Punkt JTL-Connector aus. Im Dropdown können wir uns nun einen Connector aussuchen. Wir werden in diesem Video den Shopware 5 anbinden und wählen daher auch diesen Connector aus. Dann klicken wir auf Testen, um die Lizenz hinzuzufügen. Jetzt können wir den Connector direkt mit einem Klick auf Download runterladen. Es wird dann ein .zip-Archiv heruntergeladen. Nach dem Download muss dieses Archiv nur noch entpackt werden. Darin finden Sie einen Ordner mit dem Connector. Dazu aber später mehr. Wir müssen festlegen, für welche Domain wir den Connector benutzen möchten. Das machen wir mit einem Klick auf Ändern. Hier tragen wir die Domain ein, auf der unser Shopware 5 läuft. Bitte beachten Sie, dass hier kein führendes http// nötig ist. Nach einem Klick auf Ändern ist die Domain eingetragen und mit einem Klick auf Zurück kommen wir wieder zurück zur Lizenzverwaltung. Oben im Menü befindet sich unsere WAVI-Lizenz. Diesen Lizenzschlüssel müssen wir kopieren. In JTL WAVI wechseln wir dann zu Hilfe – Lizenzen – Lizenzverwaltung. In der jetzt geöffneten Lizenzverwaltung klicken wir auf Lizenzschlüssel. Hier tragen wir jetzt den Lizenzschlüssel aus dem Kundencenter ein. Unsere Shopware 5 Connector Lizenz wird jetzt gelistet und wir können mit der Einrichtung fortfahren. Um den Connector jetzt auf unseren Webspace zu laden, verbinden wir uns mit einem FTP-Client. In diesem Video benutzen wir FileZilla, aber jedes andere FTP-Programm funktioniert natürlich auch. Wir öffnen im Shopware das Verzeichnis Engine Shopware Plugins Local Frontend. In dieses Verzeichnis laden Sie den Connector, den wir eben aus dem Kundencenter heruntergeladen haben, hoch. Bitte beachten Sie, dass Sie nicht die .zip-Datei hochladen müssen. Die .zip-Datei muss entpackt werden und der darin enthaltene Ordner, JTL-Connector, muss hochgeladen werden. Dann wechseln wir in das Verzeichnis vom Connector. Im Connector müssen wir noch die Schreibrechte für die Verzeichnisse config, db und logs auf 777 setzen. Jetzt sind wir mit dem FTP-Teil der Einrichtung fertig. Da der Connector als Plugin für den Shopware entwickelt wurde, müssen wir ihn noch im Shop aktivieren. Dafür wechseln wir ins Backend von Shopware 5. Hier wechseln wir in die Einstellungen und öffnen den Plugin-Manager. Da wir den Connector lokal via FTP hochgeladen haben, finden wir ihn im Menüpunkt Installiert, aber noch unter Deinstallierte Plugins. Wir klicken auf das grüne Pluszeichen neben dem Connector, um ihn zu installieren. Durch die Installation müssen wir bestimmte Bereiche des Caches im Shop leeren. Das bestätigen wir mit einem Klick auf Ja. Jetzt ist der Connector installiert und wir müssen ihn nur noch als Plugin aktivieren. Das machen wir mit einem Klick auf den entsprechenden Button. Im unteren Bereich vom Connector finden wir den Autorisierungstoken, der vom Connector generiert wurde. Diesen Token müssen wir kopieren und sicher notieren. Dann speichern wir die Einstellungen und sind mit der Shop-seitigen Einrichtung vom JTL-Connector fertig. Jetzt richten wir die Verbindung zwischen JTL-Wawi und dem JTL-Connector ein. Dafür öffnen wir die Webshop-Einstellungen und fügen einen weiteren Shop hinzu. Hier fügen wir als erstes die Webshop-URL ein. Wir tragen hier die URL unseres Shops gefolgt von JTL-Connector ein. Der Zusatz JTL-Connector ist wichtig, da JTL-Wawi den Connector sonst nicht erreichen könnte und dann natürlich auch keine Verbindung herstellen könnte. Unter Passwort tragen wir den Autorisierungstoken aus dem Connector-Plugin vom Shopware 5 Backend ein. Jetzt tragen wir noch einen sinnvollen Namen für den Shop ein. Dieser Name ist nur intern für JTL-Wawi und wird nicht an den Shop übertragen. Wenn wir jetzt auf Testen Lizenz aktivieren klicken, erhalten wir eine positive Rückmeldung und JTL-Wawi kann eine Verbindung zum Shopware 5 herstellen. Als nächstes klicken wir auf Connector konfigurieren. Jetzt öffnet sich die Wawi-seitige Shop-Konfiguration. Auf der linken Seite werden die Kundengruppen gemappt. Jeder Kundengruppe im Shop muss eine Kundengruppe innerhalb der Wawi zugeordnet werden. Zu jeder Kundengruppe innerhalb des Shops muss es also ein Gegenstück in der Wawi geben. Aber nicht zu jeder Kundengruppe in JTL-Wawi muss es ein Gegenstück im Shop geben. Die Zuweisung machen wir mit einem Doppelklick und wählen dann aus dem Dropdown die Kundengruppe der Wawi aus, die der Shop-Kundengruppe auf der linken Seite jeweils zugeordnet werden soll. Im mittleren Block legen wir fest, welche Daten bei einem Webshop-Abgleich zwischen JTL-Wawi und dem Shop übertragen werden sollen. Da unsere Wawi noch leer ist, möchten wir natürlich alle Daten vom Shop abholen. Damit unsere Artikeldaten im Shop immer synchron mit denen der Wawi sind, setzen wir den Haken Daten zum Webshop senden und wählen Artikel komplett. Auch Kundendaten und Bilder möchten wir zum Shop übertragen. Auf der rechten Seite sehen wir die im Shop und in JTL-Wawi eingerichteten Steuersätze. JTL-Wawi kontrolliert, ob für jeden Steuersatz aus dem Shop ein passender in JTL-Wawi hinterlegt ist. Im Reiter Synchronisierungsoptionen sehen wir eine Übersicht über alle Daten, die zwischen Connector und Shop übertragen werden können. Wenn Sie genau einsehen möchten, welche Daten übertragen werden und welche nicht, können Sie das hier jederzeit machen. Im Reiter Funktionen können wir einsehen, welche Funktionen mit dem Connector unterstützt werden und welche nicht. Da Shopware keine Variationsartikel unterstützt, können wir diese auch nicht mit dem Connector übertragen und das wird hier entsprechend angezeigt. Variationskombinationen hingegen sind kein Problem. Diese Übersicht ist von Shop-System zu Shop-System unterschiedlich und eine genaue Auflistung, welche Daten in welches Shop-System übertragen werden können, finden Sie in unserer Online-Dokumentation. Wir speichern die Konfiguration und schließen die Webshop-Einstellungen. Unsere JTL-Wawi ist im Moment noch leer, aber das werden wir jetzt ändern. Dafür starten wir einen Webshop-Abgleich. Wir möchten uns eine Zusammenfassung vom Abgleich anzeigen lassen und klicken dann auf Starten. JTL-Wawi holt sich jetzt alle Artikel, Bestellungen und Kunden vom Shop ab. Je nach Menge dieser Daten und Leistung Ihrer Internetleitung kann dieser Vorgang ein paar Minuten dauern. Am Ende können wir nochmal genau einsehen, welche Daten übertragen worden sind. Wir schließen das Abgleichsfenster und wenn wir jetzt wieder in die Artikelverwaltung wechseln, sehen wir, dass vom Shopware eine Kategorie Deutsch abgeholt worden ist. Hierbei handelt es sich um einen Sonderfall von Shopware. Shopware verwaltet intern jeden Shop als eine Kategorie, daher wurden alle Daten aus dem Shopware in diese Kategorie eingetragen. Bitte beachten Sie, dass Sie diese Kategorie für interne Zwecke zwar umbenennen, aber auf keinen Fall löschen oder offline schalten dürfen. Diese Kategorie ist jetzt die Wurzelkategorie für den Shop. Wenn wir die Kategorie öffnen, sehen wir, dass alle Kategorien und Artikel aus dem Shop in diese Kategorie eingetragen worden sind. Wenn wir uns einen Artikel näher anschauen, sehen wir, dass auch die im Shop hinterlegten Lagerbestände und Preise abgeholt worden sind. Auch alle Artikelbilder und Texte wurden von JTL-Wawi abgeholt und entsprechend eingepflegt. Schauen wir uns noch einen anderen Artikel an. Dafür wechseln wir die Kategorie. Und da Shopware problemlos Variationskombinationen verwalten kann, haben wir beim Webshop-Abgleich diese auch direkt mit abgeholt und in JTL-Wawi eingepflegt. Nähere Informationen über Variationskombinationen erhalten Sie in unserer Online-Dokumentation und in einem anderen Video-Tutorial. Unter Aufträge wurden alle Shop-Bestellungen als Aufträge in JTL-Wawi angelegt. Shop-Bestellungen erkennen wir immer anhand der gelben Färbung. Unter Kunden wurden auch alle Kunden inklusive aller im Shop angegebenen Daten in JTL-Wawi übertragen. Dies war ein Video-Tutorial zur Einrichtung des JTL-Connector an Shopware 5. Wie wir Aufträge bearbeiten, schauen wir uns in einem anderen Video-Tutorial an und ich freue mich darauf, Sie dann wieder begrüßen zu dürfen. Die Kategorie Die Kategorie Die Kategorie Die Kategorie Die Kategorie Die Kategorie Die Kategorie